ARD Text im Auftrag von Funk So wie es bisher läuft, ich kann es einfach nicht weitergehen. Uwe, die Eisbeine in der Badewanne, das ist so eklig. Was habe ich dir zigtausendmal gesagt? Fällt dir was auf? Was ist hier anders? Wo ist der Vogel? Na, das erklär du mal den Kindern. Hans-Peter? Ellen! Hans-Peter? Ich weiß jetzt nicht, was du erwartest. Ich hab mich verliebt. Dass man mal zusammen ins Bett springt, okay. Das kann ich nur wegstecken. Mach doch, was du willst. Für mich ist diese Ehe noch nicht beendet. Wir sind noch nicht geschieden. Ach, die Ehe ist nicht beendet. Wer hat irgendwas beendet, ja? Ja, soll ich dir irgendwas in die Hand versprechen? Das kann ich nicht. Aber das ist ja nun keine Sache, die wir nun lange hinterrücks geplant haben. Ja, ich hab kein Interesse an so einer Aussprache. Ich wüsste auch nicht, äh... Nee, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen, mein Lieber. Ja, natürlich. Das kann ich mir vorstellen, mein Lieber. Ja, dann geh ich. Ja, dann geh doch. Nein, bitte nicht mit den Türen. Uns geht's gut! Ja, dann geh ich mir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020